Ja, sensationell, es geht vor sich. Ein neuer Markus Lanz des Internetfernsehens startet neue Talkshows und zwar über Zoom, also Online-Talkshows sozusagen. Ja, und er wird nicht den Fehler machen wie CanFM oder andere Sender, die jetzt aus YouTube vertrieben worden sind, weil sie manchmal ein paar doch zu harte Worte gewählt haben oder Worte gewählt haben, die eben sozusagen nicht durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt sind. Solchen Fehler wird dieser neue Moderator nicht machen. Also herzlich eingeladen, alle Mitglieder aus DieBasis und aus Wir2020, bitte herzlich eingeladen. Meldet euch, meldet euch hier auf diesem Sender, meldet euch bei Next Scientists for Future, die allerdings ja letztendlich bei den Talkshows nur eine untergeordnete Rolle spielen, Nämlich die, einer von mehreren externen Reformern zu sein, die den Parteien helfen und die Next Scientists for Future sind ja deswegen so wichtig für die Parteien als einer von mehreren externen Reformern, weil sie 56 Prozent der Wählerstimmen mitbringen würden. Und fünf Prozent heißt es bei der ersten Wahl im Frühjahr zu erreichen. Ohne das wird das ganze Projekt scheitern, denn ohne diese fünf Prozent in der ersten Wahl im Frühjahr in Baden-Württemberg oder so, ich weiß nicht genau, wo die alle sind, die ersten Wahlen, aber wird es nichts werden. Und Promis alleine schießen keine Tore, also ohne die 56 Prozent, bis zu 56 Prozent der verschiedenen externen Reformer wird das nichts. Also bitte einfach als Zuschauer melden, als Publikum, als Zuschauer für, und der Moderator wird dann sicherlich auch in die Reihen der Zuschauer gehen und fragen, ja, wie hat denn das jetzt gewirkt auf Sie als interne, parteiinterne Wähler und externe Wähler, also wählende Bürger, was, welches von diesen Konzepten der verschiedenen externen Reformer hat sie denn am meisten angesprochen oder am wenigsten angesprochen und so weiter. Also bitte melden Sie sich so, gehen Sie zu diesem neuen Markus Lanz des Internetfernsehens. Wir würden dann von den Next Scientist for Future Ihre E-Mail-Adresse weiterreichen an diesen neuen Talkshowmaster und dann wird man Sie von dort aus einladen. Ja, erst einmal ganz kurz hier unten rechts anklicken, bitte schön, unten rechts anklicken an dem runden Ding und schneller drehen, 1,5 oder 1,75-fache Geschwindigkeit, weil ich ja so langsam rede. Ja, und Sie sehen es auch, dass wir jetzt in der Überschrift ein neues Bild haben, einfach weil sozusagen wir ja schon immer in guten Gesprächen waren, Telefonaten waren mit die Basis, ja, und eben mit wir 2020, wie gesagt, ein sehr nettes Telefonat mit Eva Rosen, die ja jetzt oft bei der Frauenbustour ist. Ja, also wir als die externen Reformer stehen ja allen Parteien zur Verfügung. Wir hoffen natürlich insgeheim, dass diese ganzen Parteien fusionieren werden, dass sich ein Wahlbündnis bilden wird oder was auch immer, dass man sich nicht gegenseitig die wenigen Stimmen wegnehmen wird, denn bei der ersten Wahl, entweder wir schaffen die 5% und die Promis, die bis jetzt vorhanden sind, werden nicht ausreichen, um 5% zu erzielen, sondern allenfalls für 4% ausreichen. Also man braucht auf jeden Fall die Wählerstimmen, die die externen Reformer mitbringen mit ihren bis zu 56% Wählerstimmen. Ohne die wird es nicht gehen. Und von daher, also die externen Reformer stehen ja allen Parteien zur Verfügung und zumindest in der Anfangsphase, bis sich der entweder ein Sieger rauskristallisiert hat oder eine Gesamtfusion aller kleinen Parteien sich herausgebildet hat und ja, und wir dadurch dann eine neue Situation haben. Ja, dann ist ganz wichtig, ach so, nur am Randlück ein paar Kurznachrichten, Professor Wallach von den Next, auch unter anderem Mitglied im Weltrat und bei den Next Scientists for Future war also auch im Bundestag, aber ich glaube nicht, dass das viel bewirkt hat, sozusagen, dass man da viel erreichen konnte. Die Politiker bleiben bei dem Standpunkt, sie hätten ja schon genügend externe Experten, die sprechen da ja nicht von externen Reformer, sondern von externen Experten und die hätten doch schon genügend Vielfalt bei den externen Experten und sind sicherlich nicht bereit dazu, da noch allzu viel weitere dazu zu nehmen oder gar eine ganze Expertenkommission da einzuberufen. Ich fürchte, dass diese ganze Petition wird gescheitert sein. Ja, und ansonsten spreche ich, haben wir die Order bekommen von den Professoren, so generell nur noch zu Wählern zu sprechen. Es macht keinen Sinn, auch in Talkshows andere externe Reformer zu kritisieren, denn am Ende entscheidet sowieso nur, was die Parteimitglieder in der Partei wählen und was die Wähler bei den Wahlen wählen. Und da kann es sehr wohl sein, dass die Wähler, egal ob die parteiinternen Wähler oder die externen Bundestagswahlwähler oder Landtagswahlwähler, ob die nun das Falsche wählen, also etwas wählen, was ihnen schadet oder ihnen nutzt, da steckt man nicht drin. Also die Wähler haben ja das Recht zum Irrtum, die können sich irren und die können genau das wählen, was ihnen Schaden zufügt. Das ist so in der Demokratie, das müssen wir akzeptieren. Also ist mein Anliegen, darf mein Anliegen nur noch sein, zu den Wählern zu sprechen. Also ich spreche jetzt zu Ihnen, den Mitgliedern von Die Basis, von Wir 2020, von anderen Parteien und von anderen, ich spreche zu den anderen Wählern. Nur sie will ich versuchen zu gewinnen, sich für die Next Scientist for Future als externe Reformer zu entscheiden, egal in welcher Wahlkonstellation. Also werde ich mich auch in den Talkshows, bei dem neuen Markus Lanz des Internetfernsehens, darauf konzentrieren, nur noch sie als Wähler anzusprechen. Wir werden auch, das gibt auch einen internen Beschluss bei uns dann mittlerweile, uns auch und auch alle zu bitten, alle befreundeten Sender, die unsere Sendungen re-uploaden, spiegeln oder mirren, sozusagen, auch sich jeglicher Diskussion zu enthalten. Denn wir geben damit nur den Rechtsradikalen und Linksradikalen viel zu viel Aufmerksamkeit, indem wir überhaupt mit Leuten diskutieren, auch mit Leuten, die eigentlich gar kein Niveau haben, diskutieren. Das hat alles keinen Sinn. Bitte haben Sie als Wähler Verständnis, dass es alle Kommentarfunktionen abgeschaltet sind, weil Sie können als Wähler gerne die Next Scientist for Future anrufen. Aber überall, wo man Kommentare aufschaltet und offenschaltet, muss entweder knallhart moderiert werden, wie das die neue Sendung, der neue Markus Lanz des Internetfernsehens tun wird. Der wird gnadenlos sperren. Schon beim ersten kleinen beleidigenden Wort werden die Leute sofort endgültig und auf Dauer gesperrt und gelöscht und in jeder Hinsicht gesperrt und gelöscht. Und so funktioniert das dann. Und ganz generell ist es so, dass wir auch zum letzten Mal also mit unserer Wissenschaft diskutiert haben. Sie wissen, Sie kennen unser Stichwort Pseudowissenschaft und so weiter. An den Universitäten, Sie wissen ja, dass wir sagen, die Gesellschaft besteht aus vielen verschiedenen Sparten. Jede Sparte hat eine nichtbewusste Manipulationstendenz, indem in jeder Sparte sich vorteilbringende Irrtümer, also Irrtümer heranreifen, die der Sparte Vorteile bringen auf Kosten der anderen Sparten der Gesellschaft. Weil ja jeder irgendwo zu einer Sparte gehört, mehr oder weniger, ja, sogar die Arbeitslosen gehören immerhin zur Sparte der Arbeitslosen, ja, also jeder hat irgendwo gehört, irgendwo zu einer Sparte, ja. Und die Sparte der Universitätswissenschaftler hat natürlich ein Interesse, aus den anderen Sparten der Gesellschaft so viel Geld wie möglich herauszuholen und dafür so wenig wie möglich zu leisten und zu arbeiten. Und das ist der Wissenschaft gelungen. Meine Einschätzung ist, dass ein Großteil der Wissenschaftler unserer Universitäten sozusagen überhaupt nichts Effizientes für Sie als Wähler leistet, sondern Sie nur Geld kostet und Ihnen nur Geld aus der Tasche zieht für nichts. Diese haben jetzt nun eigene, verquere Vorstellungen von Wissenschaft entwickelt und haben sich einen eigenen wissenschaftlichen Kodex gegeben, in dem es dann den Anschein macht, als seien alle diese Leute, die noch nie was für Sie als Wähler getan haben und noch nie irgendeinen Nutzen für Sie entfaltet haben, sondern Sie einfach nur ärmer gemacht haben, ja, diese Menschen haben dadurch eine Scheinrechtfertigung dafür, für ihre Existenz, weil sie irgendwie sich damit als Teil eines irgendwie wichtigen Wissenschaftsbetriebes definieren und umdefiniert haben sozusagen. Und quasi ihre parasitäre Existenz, also sozusagen, es wird quasi versteckt hinter diesen parasitären Memen einer völlig falschen Wissenschaftsvorstellung. Wir müssen uns noch einmal klar machen, echte Wissenschaft und echte Wahrheiten haben uns eigentlich immer nur nicht Wissenschaftler, also nicht Universitätsmitglieder gebracht. Denken wir nur daran, dass Gregor Mendel mit seinen berühmten Mendelschen Regeln oder Gesetzen, ja, das war ein Mönch, der außerhalb der Universität geforscht hat, ja. Charles Darwin war ein Theologe, der vor nichts weiter mehr Angst hatte als vor den Universitätswissenschaftlern der Universität Oxford und deren Hass und Missgunst und so weiter. Ja, ja, Kopernikus, Kepler, Galilee, Newton, ich denke, all diese Leute hatten ihre größten Feinde in der universitären Wissenschaft, ja, und mussten immer gegen die, oder Semmelweis, ich denke an Semmelweis gerade, ja, die mussten ja ihre Wahrheiten immer gegen die Universitäten durchboxen, also Universitäten und ihr pseudowissenschaftlicher Wissenschaftskodex, sozusagen, der dann also sozusagen als Selbstrechtfertigung für nutzlose Wissenschaftler und die auch keine ausreichende Kompetenz haben dient, sozusagen, solche parasitären Meme eines unbrauchbaren Wissenschaftskodexes, sozusagen, dieses, das müssen wir natürlich auch beenden und das würden wir dann durch die Bildungs- und Wissenschaftsreform ja beenden, indem jeder Wissenschaftler nach der Leistung gemessen wird, die er für sie als Wähler erbringt. Und wenn jemand für sie als Wähler keine Leistung bringt, dann wird er entlassen, so schnell das nur irgendwie geht. Ja, es geht nicht an, dass wir überall, dass sie als Wähler überall Schmarotzer bezahlen müssen. Weder in den Arbeitsämtern, noch in den Sozialsparten, noch in der Medizinsparte, noch in den Pharma-Industrien, in den Impf-Industrien, nirgends werden wir weiterhin dulden, dass sie als Wähler geschröpft werden von irgendwelchen Schmarotzern, von irgendwelchen Sozialparasiten. Auch die Tatsache ändert, es ändert nichts an der Tatsache, ob sich ein Sozialparasit seines Sozialparasitentums bewusst ist oder nicht. Wir werden die Rahmenbedingungen so ändern, dass alle entweder ihnen als Wähler dienen oder nicht mehr bezahlt werden. Punkt aus. Das heißt, wir gucken, ob jemand ihnen als Wähler wirklich Gutes tut. Ob er ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit, ihren Reichtum fördert und ihr Wohlfühlen fördert. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir dafür sorgen, dass diese Leute nicht mehr belohnt werden, sondern dass sie so behandelt werden, wie man Sozialschmarotzer, Sozialparasiten behandeln sollte, nämlich mit Nichtbezahlung. Und dann hören die nämlich ganz schnell auf, als Sozialschmarotzer ihnen gegenüber ihnen als Wähler zu schaden. Und genau dafür stehen die externen Reformer der Next Scientist for Future. Jede Form des Sozialparasitismus, des Schmarotzertums, egal welcher Sparten und egal wie unbewusst das geschieht und nicht bewusst das geschieht, Wir werden die Rahmenbedingungen so ändern, dass nur noch der Arzt, der Supermarkt, der Wissenschaftler, der Sozialspartler, der Arbeitsamtmitarbeiter, der ihnen als Wähler dient. Und nur noch der Polizist, der Staatsanwalt, der Rechtsanwalt, der Richter, der ihnen als Wähler dient und sie schützt vor Straftaten, effizient schützt vor Straftaten. Nur noch die werden belohnt werden und alle anderen nicht mehr. Und dafür stehen die Next Scientist for Future als externe Reformer, als externe Experten der Politik. Dafür stehen wir den Parteien kostenlos zur Verfügung. Ja und jetzt kommt das zu den Kommentaren heute. Zum letzten Mal, also ich denke zum letzten Mal werden wir überhaupt auf das Thema Kommentare eingehen, weil es sonst, weil es keinen Sinn macht. Und zwar sind das diesmal Kommentare mit, ja ich weiß nicht, ob davon jemand Wissenschaftler der Universitäten ist, wenn dann ist es, handelt es sich um nutzlose Wissenschaftler der Universitäten, also die, die wir gerne als entlassene Wissenschaftler gerne sehen würden in Zukunft, die also ihren Posten so schnell wie möglich verlieren sollten, um ihnen als Wähler diese Kosten zu ersparen. Denn diese leben in Illusionen. Ich lese mal vor, bevor ich die Kommentare verlese, lese ich mal vor, was die Grundideen dazu sind. Die Wissenschaft hat sich in Richtung durch parasitäre Meme, also einen falschen Kodex gegeben, einen Pseudowissenschaftskodex gegeben. Denn was sie nicht berücksichtigt haben, ist nämlich in ihrem Kodex, dass Motivation jede Studientechnik austrickst. Die haben sich in eine unrealistische Vorstellung begeben, in einen vorteilbringenden Irrtum gegeben, diese Sparte der Pseudowissenschaften, dass wenn man nur eine Studientechnik, zum Beispiel viel beschworen ist ja die sogenannte Doppelblindtechnik oder Doppelblindstudien und so weiter, als würde diese Studientechnik ausreichen, um dafür zu garantieren, dass das Ergebnis Wahrheit bedeuten würde. Das ist überhaupt nicht der Fall. Weder schützt diese Doppelblindtechnik davor, dass zum Beispiel, ich mache mal nur ein Beispiel, dass die Krebsmedikamente nur verglichen werden mit anderen Krebsmedikamenten oder Placebos. Aber der Fehler liegt ja schon darin, dass man die Krebsmedikamente nicht mit den besten Ernährungsberatern, mit den besten Lebensstilberatern, mit den besten alternativen Heilern in Wettbewerb untersucht, sondern nur mit einem vorherigen, auch schon gefährlichen und hochrisikoreichen Krebsmedikament vergleicht und mit Placebos. Nur man vergleicht sie nicht mit alternativen Heilern, die eventuell in ihrer Wirkungskraft 20 Mal besser sind als Placebos und als jedes chemotherapeutische Medikament, weil das will man ja gar nicht vergleichen. Dafür fehlt ja die Motivation, einen solchen Vergleich zu finanzieren mit Milliarden von Euros. Sondern die Pharmaindustrie als Geldgeber wird an den Universitäten natürlich nur Studien finanzieren, die ein Krebsmedikament mit dem anderen vergleichen und mit einem Placebo, aber niemals mit alternativen Heilern und vor allem nicht mit allen. Aber genau das müssen wir doch haben, wenn wir die Wahrheit wissen wollen. Also wo ein Wille ist, und zwar ein Wille zur Ergebnisverfälschung ist, ist immer auch ein Weg. Und dann, wie an den Universitäten, stehen da jemals 20 Beamte vom Bundeskriminalamt neben dem Untersucher und sorgen dafür, dass er die Daten nicht fälscht? Nein, das findet nicht statt. Also der Fälschung sind Tür und Tor geöffnet. Stehen denn neben jedem Forscher der Universitäten 20 Spitzenstatistikprofessoren und gucken, dass er keinen Fehler macht in seinem Studiendesign oder Studienaufbau? Nein, das ist nicht der Fall. Da kann jeder Gefehler der Welt geschehen. Also sind Universitäten wertlos, wenn es um die Frage von Wahrheit geht. Und deswegen sagen wir ja, ein bisschen Wahrheit können wir kriegen, wenn der Bundeswahlleiter, das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, die statistischen Wahlämter Deutschlands, die statistischen Landesämter und Wahlämter Deutschlands, wenn die die besten Wissenschaftler der Erde einstellen und mit Kriminalpolizisten, Landeskriminalämtern zusammenarbeiten und dann wirklich dafür gesorgt wird, dass ihre Daten, ihre Wählerdaten, ihre Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, ihre Reichtumsdaten und ihre Wohlfühldaten bestmöglich statistisch ausgewertet werden und dadurch dann festgestellt wird, welcher Supermarkt vergiftet sie und welcher nutzt ihnen als Wähler und nutzt ihrer Gesundheit. Ja, dann kriegen wir ein bisschen wahrheitsnähere Daten. Also von Wahrheit will ich nicht reden, weil wer kontrolliert das Bundeskriminalamt, wer kontrolliert diese besten Statistiker der Welt, wer kontrolliert das Statistische Bundesamt Wiesbaden, wer kontrolliert den Bundeswahlleiter. Wir können nur hoffen, dass wir dann halbwegs durch diese vielen sich gegenseitig kontrollierenden Instanzen ein bisschen mehr Wahrheit bekommen. Und das wird uns ja schon ausreichen, wenn wir wenigstens ein bisschen Wahrheit bekommen und nicht überall nur Irrtum und nicht überall nur parasitäre Meme, immer nur Killer-Viren des Geistes und überall nur Unwahrheit und Manipulation und Beeinflussung und Täuschung und Irrtum. Und dazu kommen ja dann auch noch die schwarzen Schafe, die ja im jetzigen System auch noch gut überleben können, nämlich die Kriminellen, die uns alle belügen und betrügen, die kommen ja noch dazu. Und durch die Reformen, die Next Scientist for Future als ihre externen Reformer, als eine von mehreren externen Reformern dieser neuen Talkshows, die bieten Ihnen als Wähler ja an. Deswegen melden Sie sich als Zuschauer und Wähler für diese Talkshows an. Man freut sich dort über Sie. Wir von den Next Scientist for Future leiten Ihre, rufen Sie an, schicken Sie die Telefonnummer, wir sprechen mit Ihnen. Und wenn Sie ein vernünftiger Wähler oder Parteimitglied sind, werden wir Ihre E-Mail-Adresse an den neuen Markus Lanz, das Internetfernsehen, an dessen Redaktion weiterleiten. Und dann werden Sie eingeladen. Ja, Schluck Wasser. Ja, und jetzt nochmal meine, unsere Aussage an Sie als Wähler, an Sie als Parteimitglieder und sonstige Wähler. Nur Gutes tun, belohnen, löst alle Probleme. Also zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, die ja auch eingeladen ist zur ersten großen Talkshow des neuen Markus Lanz sozusagen. Das Problem ist, wenn ich viele Indikatoren nehme, die so Hinweise darauf bieten, ob eine Firma Ihnen als Wähler nutzt oder Ihnen als Wähler entschadet, ja, das ist so ungefähr. Das ist uns nicht genau genug. Wir sagen nur, wenn wir ganz gezielt Gutes belohnen durch ganz starke, völlig neue, positive Anreize. Das löst uns das Problem der schwarzen Schafe, dass die Kriminalität Ihnen gegenüber aufhört, dass das Betrügen und Lügen Ihnen gegenüber aufhört, aber auch, dass die ganzen Vorteilbringenden Irrtümer, die der verschiedenen Sparten aufhören, die ja Ihnen gegenüber als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes wirken und Sie durchmanipulieren von oben bis unten. Ja, das wird nur aufhören, wenn wir Gutes tun, wirklich ganz stark durch ganz starke, neue, positive Anreize ganz gezielt belohnen und dadurch die sozusagen die Geldsituation total verschieben. Also, denn allein sozusagen, nur jetzt zum Beispiel auch durch bestimmte Reformen, Gelder in der Gesellschaft hin und her zu schieben, umverteilen von Geldern von Reich nach Arm oder von Arm nach Reich, das bringt alles nicht viel, das bringt alles fast gar nicht. Da haben Sie dann entweder ein paar mehr Cent im Geldbeutel oder ein paar weniger Cent im Geldbeutel, aber das ändert nicht, das löst nicht die Grundprobleme, dass Sie immer, dann haben Sie immer noch keine gesündere Ernährung, Sie haben immer noch kein glücklicheres Leben, Sie haben immer noch keines der wirklichen Menschheitsprobleme, ist dann wirklich gelöst sozusagen. Denn es gibt viele externe Reformer, die wollen in erster Linie erst mal Gelder umverteilen, als ob Sie glücklich würden, nur weil Sie mal 20 Euro zusätzlich im Geldbeutel haben, als ob Sie das von krankmachender Ernährung vor krankmachender Ernährung schützen würden. Das wird Sie nicht davor schützen. Die Gemeinwohlökonomie versucht, Gutes tun einzukreisen, misst es aber nicht direkt, misst aber nicht direkt, ob das auch wirklich bei Ihnen als Wählern ankommt, ob es bei Ihnen als Wählern als Wohlfühlen tatsächlich ankommt, als Gesundheit ankommt, als Langlebigkeit, als Reichtum ankommt. Aber genau das wollen die Next Scientist for Future messen, nämlich die Messung am Endergebnis. Was kommt bei Ihnen von den gut gemeinten Dingen an? Gut gemeint ist uns als Next Scientist for Future nicht gut genug für Sie als Wähler. Es muss bewiesenermaßen gut sein für Sie. Es muss bei Ihnen ankommen als messbares Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Reichtum. Und wenn es nicht bei Ihnen ankommt, dann ist es uns nichts wert. Und dann ist das uns zu vage. Sonst, wenn wir bei diesen vagen Wünschen bleiben, Ihnen als Wählern Gutes zu tun, aber nicht konkret das Messen, dann sind noch mal tausend Jahre Irrwege vorgezeichnet. Dann wird es noch mal tausend Jahre unklar bleiben, ob bei Ihnen überhaupt als Wählern jemals was ankommt. Wir wollen ein für allemal am Endergebnis messen. Und das Endergebnis ist, bekommen Sie als Wähler Krebs oder bekommen Sie es nicht? Und eine Firma, die Ihnen hilft, ein Supermarkt, der Ihnen hilft, Krebs nie zu bekommen, und das in den Daten ganz klar so bewiesen ist, dass dieser Supermarkt den Menschen gut tut, dann wollen wir, dass der fürstlich belohnt wird mit ganz starken, positiven Anreizen, weil er Ihnen als Wähler messbar dient. Und alles andere wird nicht belohnt werden. Und jetzt gucken wir uns zum letzten Mal also die Kommentare an. Und ich hoffe, dass wir wirklich zum letzten Mal uns um dieses niedrige Niveau kümmern müssen und um all dieses inkompetente Zeug kümmern. Ja, wenn Darwins universelles Prinzip genau so gilt, das sind also Leute, die sind Fans von uns und Fans von dem, was wir Pseudowissenschaft nennen, also von dieser Illusion, jeder Wissenschaftler sei sein Geld wert, auch wenn er für Sie als Bürger noch nie was geleistet hat. Wenn Darwins universelles Prinzip genauso gilt wie Newtons, dann zeigen Sie bitte auf, wie im Rahmen des Geschäftes Pharma und Medizin Wahrheit entstehen soll und nicht nur geschäftsfördernder, wir würden ja sagen vorteilbringender Irrtum. Das würde dann schon mal zeigen, ob Sie die Basics von echter Wissenschaft verstanden haben oder nicht. Das könnte die Annahmen eventuell widerlegen, aber wahrscheinlich eher belegen. Ja, die Annahme, dass es sich eben bei diesen Leuten um Wissenschaftler handelt, die ihr Geld nicht wert sind. Dann schreibt jemand, ja, ich habe Philosophie studiert, dabei ganz viel Wissenschaftstheorie und dort gelernt, das und warum Wissenschaft fast immer nur Irrtum ist. Der Weltrat und die Next Scientists als meine, unsere Weiterbildungsquelle sind für uns die einzige Wissenschaftsinstanz auf der Erde in einer Welt der Pseudowissenschaften. Auch Sie haben eben sich schon als Nichtwissenschaftlerin bewiesen. Denn warum versuchen Sie nicht, die Evolutionsverläufe von Wahrheiten im Rahmen der Medizin zu skizzieren mit allen Selektionsfaktoren usw.? Warum versuchen Sie nicht, wenigstens mich von dem Wahrheitsgehalt wissenschaftsbetrügerischer oder fehlerbelasteter Studien im Auftrag von Pharmakonzernen zu überzeugen, von angeblich zuverlässiger Datenerhebung oder vermeintlich evidenzbasierter Medizin? Scheuen Sie das Ergebnis, dass Sie bisher auf Wahrheit vertraut haben, wo gar keine Wahrheit überleben kann? Also für mich sind Universitäten Biotope, in denen Wahrheit wirklich auch kaum überleben kann. Deswegen brauchen wir ja auch eine Wissenschaftsreform. Also wie vorher angenommen, Sie lehnen die Evolutionsbiologie und die evolutionsbiologische Analyse parasitärer Kognitionen, Meme, Irrtümer, Viren des Geistes in Gesellschaft und Wissenschaft ab und verbleiben also in einem latent-kreationistischen Stadium. Kreationisten sind die Leute, die also Darwin und Wallace und Mutation und Selektion und Variations und Selektion als Grundpfeiler jedes Denkens ablehnen. Mind-Body-Problem und stattdessen an eine Schöpfung glauben und nicht an eine Evolution der Dinge und der Gesellschaften. Mind-Body-Problem Es gibt selbstverständlich kein Mind, sondern nur Body, ausschließlich Gehirn und seine Arbeit. Alles, was uns als Geist erscheint, ist ein Epiphenomen. Wissen ist ausschließlich das, was die Klügsten ihrer Zeit erdacht haben. Alles, was dahinter bleibt oder zurückbleibt, denke ich mal, ist immer nur das Unwissen der Unklugen, egal wie viele Sachen sie veröffentlichen. Die einzige Wissensquelle zusätzlich könnte zusätzlich ganz neu entstehen. Staatsstatistiken überwacht von Bundeskriminalamt und Teams der besten Statistiker der Erde und auch dort wäre immer noch ein hohes Irrtumsrisiko. Habe ich ja gerade eben erklärt, was da für Fehlerquellen immer noch drin sind. Position zum Ist-Ort-Problem. Also Ist-Zustand sollte sein. Problem, ja. Was soll sein? Was sollte sein? Echte Wissenschaftler müssen immer auch den Mut haben, von der Ist-Beschreibung zu dem zu kommen, was sein sollte, sonst sind sie völlig wertlos für die Bevölkerung, für die Wähler, will ich mal sagen. und die Stellen sollten sofort gestrichen werden. Wissenschaft muss überprüft werden an dem Nutzen für die Bevölkerung, für die Wähler, will ich sagen. Also ich betone nur noch, Sie als Wähler sind unser Ansprechpartner. Ihnen wollen wir dienen. Denn Bevölkerung interessiert mich nicht. Solange sie nicht zur Wahl gehen, sind sie für uns uninteressant. Nur die Wähler sind interessant. Wir leben in einer Wahldemokratie. Schluss mit der Finanzierung wertloser Pseudowissenschaft und Schluss mit Wissenschafts-Narren-Freiheit. Die Analyse des Ist-Zustandes gesellschaftlicher Evolutionsverläufe führt zum ganz Klaren. Es sollte so sein, dass die Evolutionsverläufe umgedreht werden zum Nutzen der Wähler, nicht zum Nutzen der Menschheit, zum Nutzen der Wähler. Und zwar der Wähler hier in Deutschland. Wir wollen nicht die Menschheit retten, wir wollen unsere Wähler retten. Hier in Deutschland. Und nicht die Menschheit, nicht die Erde und so weiter. Das war sicherlich ein Fehler hier von diesem Kommentator. Für mich ist das die Rechtfertigung für Gehälter an die Unfähigen auf Kosten der Steuerzahler. Also für einen gut funktionierenden Sozialparasitismus. Also da bezieht sich wohl jemand auch auf, dass dieser Wissenschaftskodex, mit dem sich die mit dem sich die Wissenschaftler der Universitäten selber täuschen, damit sie weiterhin ihre Gelder rechtfertigen können. Da schreibt dann jemand hier. Für mich ist das die Rechtfertigung für Gehälter an die Unfähigen auf Kosten der Steuerzahler, also für einen gut funktionierenden Sozialparasitismus auf Grundlage von parasitären Memen. Menschen mit kleineren Gehirnen können grundsätzlich gar keine Wahrheiten beitragen, da ihre Wahrnehmungen schon durch ihre vorherigen Wissenslücken sehr stark verzerrt sind. Solche Leute machen auch massenhaft Fehler bei der Durchführung von Studien. Natürlich kann man mal eine universitäre Hilfskraft, ist wohl gemeint, losschicken und die unterschiedliche Größe der Geschlechtsorgane bei Gorillas, Bonobos und Menschen beobachten lassen und die Beziehung zur Menge der Spermakonkurrenz beobachten lassen, wodurch dann der Schluss nahe liegt, dass der Mensch nicht für Monogamie konstruiert ist. Aber diese Hinweise müssen dann von den Klügsten mit den größten Gehirnen noch mal nachgeprüft werden oder auf jeden Fall vorsichtig relativiert werden, da die Beobachter schon zum Beobachten zu inkompetent gewesen sein könnten. Also dumme Menschen beobachten ja oft schon falsch. Die Unis müssen runtergeschrumpft werden, um die Steuerzahler zu entlasten. All die Leute mit den kleinen Gehirnen, die sich hinter der Illusion eines Spieles mit gewissen Regeln, wissenschaftlichen Regeln, in dem sie angeblich von Nutzen seien, verstecken. Diese Leute müssen schnellstmöglich entlassen werden und sollten sich in der Wirtschaft nützlich machen. Oder indem sie Toiletten putzen, aber nicht die Gelder der Wähler vergeuden. Die Welt ist in einem katastrophalen Zustand, weil es überall Pseudowissenschaftler gibt. Ja, das muss man sich mal klar machen. Die Welt ist in einem katastrophalen Zustand. Diese ganzen Universitätswissenschaftler haben weder Adolf Hitler noch den Nationalsozialismus noch irgendeine andere Katastrophe verhindert. Die haben weder unseren Gesundheitszustand gefördert, nein, die haben überhaupt keinen positiven Einfluss auf sie als Wähler. Die kosten einfach nur Geld, diese Pseudowissenschaften, diese Universitäten. Die ganzen Universitäten kosten sie nur Geld. Ja, Nutzen für sie? Ich weiß nicht. Ich frage mich, wo da überhaupt ein Nutzen war. Ja, ich muss zugeben, ich habe vielleicht einiges, ein paar Kleinigkeiten bei meinem Studium an den Universitäten gelernt. Okay, so minimal, vielleicht zehn Prozent sind nützlich. Ansonsten hat man mich dort mit lauter Irrtümern und Unwahrheiten geimpft. Und ja, also kann man vergessen. Aber wie gesagt, wir wollen ja die Universitäten reformieren, wir wollen sie ja nicht abschaffen. Wir wollen sie ja nur viel besser machen. Die Welt in einem Katastroph, ist in einem katastrophalen Zustand, weil es überall Pseudowissenschaftler, ich will ergänzen, und Pseudouniversitäten gibt, die sich selbst eine Fantasie geschaffen haben. Sie selber seien wertvoller Teil des Wissensgenerierens der Menschheit, wohingegen sie einfach nur schmarotzen an der Gesellschaft und faktisch an den Wählern schmarotzen und faktisch die mit den großen Hirnen bei der Arbeit stören. So wie zum Beispiel die Wirtschaftsweisen, die Weltratsprofessoren bei der Arbeit stören, indem die Wirtschaftsweisen die Aufmerksamkeit auf sich lenken und damit vom Weltrat ablenken und dadurch riesige Schäden anrichten. Die Wirtschaftsweisen sind die, die aus unserer Sicht von Wirtschaft keine Ahnung haben und die Bundesregierung falsch beraten. Aber das hier kostet viel Zeit. Es gibt doch den Weltrat und damit echte Wissenschaft und die nehmen den allerneuesten Stand der Überlegungen zur Kenntnis und empfehlen auf dieser Basis sehr gute Reformen. Die, also der Weltrat, die Wissenschaftler der Weltrat, die nehmen den allerneuesten Stand der Überlegungen zur Kenntnis und empfehlen auf dieser Basis sehr gute Reformen zugunsten von Ihnen als Wählern. Während die Unis den neuesten Stand ignorieren, weil dort so viele mit ihren kleinen Hirnen überfordert sind vom anspruchsvollen neuesten Stand und die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den neuesten Stand und der neuesten Stand also auf den neuesten Stand verhindern. und der neuesten Stand heißt ja Evolution parasitäre Kognitionen in gesellschaftlichen Systemen. Das ist das, was ihr Leben als Wähler zerstört, nämlich dass es zu einer massenhaften Evolution und Ausbreitung parasitärer Kognitionen in allen gesellschaftlichen Systemen oder Spaten gekommen ist und diese auf sie als parasitäre Meme wirken und sie als Wähler abzocken. Und dieses Grundproblem, das hat der Weltrat im Blick und das haben die Next Scientists for Future im Blick und da möchten der Weltrat und die Next Scientists for Future ihnen als Wählern dienen. Sparen wir Zeit. Was haben sie dagegen den Arzt nur noch für bewiesene Gesundheitsförderung zu Belohnung belohnen statt für maximalen Abverkauf von Operationen, Chemotherapien oder Impfungen? Arbeitsämter, Polizeibehörden, NGOs, Universitäten, Gesundheitswesen, alles Institutionen oder Sparten mit überwiegend parasitärer Tätigkeit schmarotzend an den Wählern mit Hilfe der zugehörigen Rationalisierungs- beziehungsweise Selbstrechtfertigungsillusionen. Da müssen starke, positive Anreize für extreme Straffung sorgen. 90% des Personals kann eingespart werden und nützlicher Arbeit zugeführt werden. Bei den meisten würde die Welt gar nicht merken, wenn die von heute auf morgen ihre wissenschaftliche Tätigkeit einstellen würden. in Anführungszeichen wissenschaftliche Tätigkeit. Wir vergeuden nur Zeit. Sie stellen die unhaltbare Behauptung auf pseudoerforschte Therapieschemata, Nachweise, fehlerhafte Studien, Rechten, Wahrheit. Der berühmte Arzt Gerd Reuter, der übrigens ja Mitglied der Partei die Basis geworden ist, behauptet, 95% allen ärztlichen Handelns habe keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Ich selber habe noch nie eine wahrheitshaltige Studie eines Mediziners gesehen, sondern immer nur getarnte Werbung für den Abverkauf von irgendwelchen Produkten. Eben weil Herangehensweise und Motivation auf Erzeugung von Unwahrheiten ausgerichtet sind. Also liebe Wähler, liebe Parteimitglieder und Wähler, seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wissenschaftler in Ihren Parteien haben, seien Sie vorsichtig, dass es sich dabei nicht um Sozialschmarotzer handelt, die nur Ihnen als Wählern wieder weiterhin Schaden zufügen wollen mit Ihren Irrtümern oder indem es schwarze Schafe sind. Zum Beispiel wird niemals Wissenschaft ist eben weil Wissenschaft und Herangehensweise und Motivation in der Wissenschaft schon oft auf Erzeugung von Unwahrheiten ausgerichtet sind. Zum Beispiel wird niemals eine Krebstherapie verglichen mit den besten Ernährungs- und Lebensstiltherapeuten der Erde, weil von vornherein alles auf Unwahrheitserzeugung hin konstelliert ist. Deswegen muss als allererstes die Motivationslage umgekehrt werden. Und natürlich darf zukünftig jeder, jeder, wirklich jeder, eine Praxis aufmachen. Wenn er genügend Fans hat, so als Wunderheiler genügend Fans hat, die Leute gehen ja sowieso zu ihm, die sind vorher zu ihm hingegangen und sie werden weiterhin zu ihm gehen. Und dann darf der natürlich eine Praxis aufmachen und bekommt völlige Therapiefreiheit, außer im bedeutsamen körperverletzenden Bereich, wo es eine Überwachung durch Biologen und so weiter der Gesundheitsämter geben muss. Also ob da nicht ein Wunderheiler die Leute schlicht und einfach umbringt. Da muss man ja schon ein bisschen Auge drauf halten vielleicht. Aber schon nach ein paar Wochen werden die Staatsstatistiken ja jeden Scharlatan sofort entlarven, also auch jeden Wunderheiler sofort entlarven und eine Abwanderung wird die Folge sein, dass die bisherigen Fans nämlich dann dadurch, dass sie sehen, dass die Staatsstatistiken sagen, dieser Wunderheiler ist kein Wunderheiler, sondern ein Scharlatan, der nur Schaden anrichtet. Das werden dann die Wähler sie als Wähler sehen können und werden dann abwandern von solchen Leuten und werden dann zu besseren gehen, wechseln, zu denen, die in den Ranglisten vorne stehen werden. Ja, das ist, sie drehen sich im Kreis, sie behaupten Wahrheit durch Rückverweis auf pseudowissenschaftliche Techniken. Das blendet einfache Bürger, aber nicht Wissenschaftskritiker. All die doppelblinden Studien, welche Kriminalbeamte verhindern dort den Wissenschaftsbetrug, wer den Wissenschaftsirrtum? Fragezeichen. Niemand. Am Ende soll ich also reinen Behauptungen glauben. Glaube ich aber nicht. Alle Gesetze rund um Gesundheit müssen geändert werden. Lassen Sie uns diese sinnlose Diskussion beenden. Sie dürfen gerne davon ausgehen, wir von unserem Sender hätten zu kleine Gehirne. Ich gehe wegen mehrer Intelligenztests, die mich als intelligenter als 99,9 Prozent der Weltbevölkerung bezeichnet haben. Damit liegt er höher als ich. Bei mir waren die Intelligenztests ungefähr bei 99,8 Prozent der Weltbevölkerung intelligenter als neun bezeichnet haben. Womit ich noch weit unter den Mitgliedern von Weltrat und NextScientistsForFuture.de liegen dürfte, naja gut, also viele der Professoren werden weit intelligenter sein als 99,999 Prozent der Weltbevölkerung, denke ich mal, liegen dürfte, davon aus, dass ihre Gehirne hier zu klein sind für die Komplexität der Problemstellung. Und mit dieser Unvereinbarkeit, jeder bleibt bei seiner Sichtweise, sollten wir enden. Am Ende gibt es sowieso nur den demokratischen Weg. Die nur durchschnittlich intelligente Wählermasse wird möglicherweise sowieso intelligente Reformen nicht verstehen, trotz des hoffnung machenden Ergebnisses einer simulierten Bundestagswahl mit 56 Prozent. Und die Gesellschaft wird die neuen vom Weltrat beratenden Parteien eventuell gar nicht wählen, denn der Weltrat wird sich vielleicht aus seiner Zeit zu weit voraus erweisen. Ja, es kann ja sein, dass Sie als Wähler einfach nicht in der Lage sind zu verstehen, wie wichtig es ist, dass wir die Firmen danach belohnen, ob sie Gutes Ihnen als Wählern Gutes tun oder nicht. Dass wir das messen müssen und gezielt positive Anreize setzen müssen, weil sonst die Firmen quasi gezwungen sind, ihnen Schaden zuzufügen als Wählern. Und wenn sie das nicht verstehen, dann werden sie keine Änderung wollen und werden alte Parteien wählen und dann wird nichts sich ändern. Ja, oder es kann auch sein, dass natürlich die Reformen des Weltrates gewählt werden, aber die erweisen sich dann als Fehler und schädlich für die Wähler. Na gut, das wird die Zeit zeigen, das steht ja hier richtig. Wir halten als Abschlussergebnis fest. Wir unterstellen uns weiterhin gegenseitig zu kleine Gehirne und damit Ende. Auf Wiedersehen. Alles, was sie jetzt noch nachgetragen haben, bestätigt mich wieder in der Überzeugung, dass ihr Gehirn doch viel zu klein ist. Ich soll also jetzt die Millionen Euro aufbringen, um eine Krebsernährungsstudie selber zu finanzieren? In dieser Vorstellung, in dieser ihrer Vorstellung entscheidet, wer mehr Geld für Studien hat, schafft sich seine Welt. Und dann sind wir wieder bei der Situation, dass die Pharmaindustrie am meisten Geld hat und sich damit in den Universitäten ihre Realität erschafft. Wobei mit Hirngröße ganz selbstverständlich immer ein kompliziertes Verhältnis aus Körpergröße und Hirngröße gemeint ist, aber das ist unter Wissenschaft dann immer selbstverständlich. Natürlich ist es so, dass ein Wal nicht intelligenter als ein Mensch ist, nur weil er eine größere Gehirnmasse hat. Nämlich relativ zur Körpergröße hat der Wal ein etwas kleinere Gehirnvolumen als der Mensch im Verhältnis zur Körpergröße und Körpermasse. Relative Hirngröße zur Körpergröße und eventuellen zusätzlichen Maßen das ist entscheidend. Denn es kann ja auch sein, dass das Verhältnis Körpergröße zur Hirngröße auch allein nicht ausschlaggebend ist. Das kann ja noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Lassen wir es doch bitte dabei. Wir unterstellen einander wechselseitig im Sinne einer Hypothese, die im Moment schwer prüfbar ist, zu kleine Hirne oder irgendetwas ähnliches und gut ist. Das halte ich für ein gutes versöhnliches Schlusswort. Dann kommt ein Zitat. Wahrscheinlich können Diskussionen tatsächlich niemals zu einem Ergebnis führen. Denn immer werden die mit den größeren Gehirngrößen Gehirnen tendenziell mehr Einzeldaten von der Welt erfassen können und berücksichtigen können bei ihren Entscheidungen als kleinere Gehirne. Und da alle Gehirne unterschiedlich sind, werden die Unterschiede immer bleiben. Jedes Diskutieren muss fruchtlos bleiben enden. Am kleinsten werden die Unterschiede bei einigen Zwillingen wohl sein. Vielleicht eventuell oder auch nicht. vielleicht geht grundsätzlich niemand niemals mehr als mehrere Wettbewerber reden vor Wählern oder einer Parteibasis. Also so wie ich jetzt vor ihnen als Wählern rede. Dann vielleicht noch ein paar Nachfragen. Und diese Wählenden werden nach ihrer durchschnittlichen Höhengröße so oder so entscheiden. Zum Beispiel das bessere Mangels Verständnis ablehnen oder manchmal auch das Bessere bevorzugen. Man wird sehen. Das ist das letzte Wort dazu zu Diskussionen. Es hat keinen Sinn. Entweder es gelingt dem Weltrat sie als Wähler zu überzeugen oder es gelingt der Gemeinwohlökonomie sie als Wähler zu überzeugen. Egal was richtig oder besser oder schlechter ist. Entscheidend wird sein, was sie verstehen können als Wähler. Und wenn sie die Gemeinwohlökonomie besser verstehen als den Weltrat, dann werden sie die Gemeinwohlökonomie wählen als Haupt externer Reformer. Dann werden sie aber auch weniger Wahlstimmen bekommen. Aber wie gesagt, nie wieder diskutieren, sondern nur noch mit den Wählern sprechen, die Wähler überzeugen und entweder man überzeugt die Wähler mit den Wählern kann man diskutieren, aber nicht mit anderen externen Reformern, die wird man nicht korrigieren können. Also liebe Wähler, ich hoffe, Sie melden sich jetzt als Zuschauer für die neuen Markus Lanz Talkshows des Internet Fernsehens sozusagen, die des neuen quasi Markus Lanz und vielleicht entsteht ja auch noch eine neue Maybrit Illner des Internet Fernsehens, denn da gibt es im Moment niemanden, es gibt meines Wissens niemanden, der wirklich hochqualitative Talkshows mit mehreren Personen veranstaltet, Tilo Jung und Naiv macht ja nur Sendungen mit Einzelpersonen, das ist keine Talkshow, das ist zu wenig und KenFM wurde wohl vertrieben aus YouTube und der macht ja auch sozusagen keine Online Talkshows, ja, also neu, das wäre jetzt mit Online Talkshows neu, macht nur dieser neue Markus Lanz bisher, also liebe Zuschauer, meldet euch bei nextscientistsforfuture.de, lasst uns telefonieren und nehmt dann als Mitglieder, im Idealfall als Mitglieder irgendwelcher Parteien an diesen Talkshows teil, als Besucher, der Moderator wird euch vielleicht befragen, was ihr denn von den vorgeschlagenen Reformkonzepten soweit haltet und wozu ihr neigt als Wähler und parteiinterne Wähler, ja, also, tschüssi, bis bald, das war's für diese wissenschaftliche Tagesschau heute, die wieder dem Wahlkampf gewidmet ist. Tschüssi!